Ein Café in Beirut. Vier Männer, alle gläubige Sunniten, sehen sich ein Propagandavideo der ebenfalls sunnitischen Extremisten des IS an. Die Brutalität der Bilder spiegelt sich im Entsetzen der vier. Was man in diesem Video sieht, hat nichts zu tun mit irgendetwas Menschlichem oder mit Religion, mit keiner Religion. Wir sehen keine Menschen, sondern Hyänen, Vampire. Sie töten um des Tötens willen. IS, sagen sie, habe innerhalb kurzer Zeit zerstört, was friedliebende Muslime über Generationen aufgebaut haben. Selbst wenn ich Sunnit bin, töten sie mich, wenn ich nicht ihre Meinung bin. Jeder Andersdenkende wird umgebracht. Schaut doch mal, was sie in Assal gemacht haben. Sie haben Sunniten getötet. Dort gibt es gar keine Schiiten.